Willkommen hier zurück bei Let's Play The Last of Us Folge Nummer 3. Multiplayer hast du vergessen? Ja, Tore wir am Start hier, wir sind erst bei Tag 3 und ich will auch noch was zeigen, hier Ausrüstung. Ja, guck mal hier bei einmalige Booster, kriegt man billigere Munition. Was kostet das, wenn man sich den Booster aufmacht? Das steht nicht, was es kostet. Ich glaube, die kann man einfach aufpacken, man hat sie halt, aber man kann sie nur einmal nutzen, nur weil ich weiß. Ich klicke ihn jetzt mal an, den kann ich nicht auswählen. Ne, ich muss noch einmal im Spiel machen. Und jetzt, also ihr seht ja hier, es gibt vier Schlanderklassen, ich würde sagen, wir machen jetzt die nächsten drei Folgen, die nächsten drei Mal durch. Letzte Folge im Angriff, das heißt jetzt nämlich Scharfschürze, da haben wir einen Revolver, ein Jagdgewehr, Scharfschürze 2 und militärisches irgendwas. Ja, ja, das Präsidionsgewehr ist das. Ach, kann man so anklingen, dann sieht man, Scharfschürze 2 bringt, oh alter, deutlich weniger schwanken mit dem Visier und militärisches Präsidionsgewehr. Ja, das ist doch nice. Wenn man unterstützt, dann hat man eine Hauptpistole, ne, eine Hauptwaffe. Aber dafür kann es alle heilen. Ja, der kann es alle heilen für. Und guck mal den lautlos an, der hat eben jemand in der Vorringrunde gespielt, der war eigentlich wirklich schlecht. Mit Bogen. Ja, das ist wirklich auch nicht so nice. Komm, go, go jetzt, ja. Genau, dann nehme ich auf jeden Fall das jetzt, wenn wir wieder überleben, äh, Vorrataufzug. Ja, natürlich, ich habe keinen Bock auf ohne Respawn, das ist ja langweilig zum Zug kommen. Genau. Wir können machen das auch mal, aber... Sehr, wir gehen mal nochmal ausprobieren, aber erstmal jetzt, wenn wir noch spopp sind, werden wir das nicht machen. Ach, guck mal, auf Select kann man nochmal die letzte Runde sehen. So, cool. Ne, ich habe 6 A. Ja, ich habe 3, 6. Bild hier im Wald 2, 6, ich weiß nicht, wo nochmal genau geht. Ja, K.O.s habe ich 5, dann hätte ich 5 A. Kann man irgendwie Kadesi oder so, oder Statistik? Ja, wollte ich auch gerade so fallen. Ich habe schon geguckt. Also wenn ich auf deinen Nachmitteln kann man den stummen Gruppenanführer aus Gruppe werfen. Profil ansehen. Ne, das ist ja der Profil. 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 Okay, KDA gibt es nicht. Bei Spielen wie Uncharted und so geht es ja um Shootern ne. Aber, bei dem Spiel ist auch wichtig, er Team Conservative und wiederbeleben so. Ne, K 220, das ist gut. Ne, das ist nicht. Ja, die Famaspiriere, immerhin Schnellspiel am Gamer zu Uncharted. Das hat sich jetzt gerade erledigt. Ah, finde man doch. Ja, 110, das habe ich ja. sind nicht nur ich. Doch. woher gehen wir raus? softball, nein er ist 88 von dem würde ich gerne mal die Statistik nehmen ich weiß nicht, dass das nicht geht vielleicht fehlt so viele Wiederbelebungen, sollte mich interessieren ja hier anpassen kann man zeigen kann meinen Charakter ein bisschen verbessert hier ich habe ein bisschen freigeschaut, einfach mal aufgeklatscht so sieht es aktuell aus bestenliste ok oh ich bin so weit hinten ey Leute, ist das alphabetisch geworden? ok lass mal Legs, wir haben wir noch nie wie kann man die Newton-Tore geht das? alles stumm hier wir wollen jetzt den offen rumlabern hier wie mach mal alles stumm? äh hier einfach, jetzt nimm mehr ich hab den bei mir selber labern Leute sogar ich nimm mal den an und ich nimm mal billigere Munition mal gucken wir mal aufbringt Launchmodus kann nur wenige Sekunden benutzt werden und muss wieder aufladen bevor er noch eingesetzt werden kann du erscheinst auf dem feindlichen Radar wenn du ein splimmst oder schießt drück jetzt im Nachhinein Waffe 1 während du nicht zielt das weiß ich selber da kriegen wir mal auf die Reihe ne Nachhinein kriegen wir ihn auch geschissen aber ich weiß auch nicht wie ich die Mute ist versteck die Gegensländer scheinen als weitere Punkte auf deinem Radar wenn ich auch in-game auf den Mute ne gehst du bei der Schalter auch? ja bei der Schalter aber den Selektrigen dann mit 4 Mute das müsst ihr eben schon auch noch gehen aber ich hab noch nie in-game ich hab noch nie in-game du erscheint auf dem feindlichen Radar wenn du sprints oder schießt also das Spiel relativ sind wir schon wieder alles ich hab schon die Durchbiege ja mittlerweile verstehe ich es auch aber es ist ja nur mit gesund und krank und neben ihr gibt es eine neue Basis vorsichtig sein uns mal kurz dann lag einmal erhöht das ist schon verständlicher was hier ging ein aber wie die krankwände verstehe ich noch nicht das sind krankwände versteht sich mein Tore das vergrößern soll ich schon logischer wie die Tore die Trailinge sind erledigt da kann ich nicht gerätet werden wegen Level Tore ja 110 hat Angst vor dem Null aber jetzt ja auch wir haben jetzt zwei Striegel sind ja nicht nur ein oder haben wir einfach mal zwei so ich kriege immer Sachen ja und Tagesverräte plus elf überlebende gewonnen ja plus ein überlebenden ja das war's denn was war's denn mit der Folge dann müssen wir kommen wir mal länger jetzt na natürlich dann mit drin so ich hab was neues vorgespielt anpassen Hut ich hab noch einen Hut da ich hab alle ganz viele Hüte jetzt also ich hab ich hab Fischermütte auf und Bandana und Gefechtshelm ich hab ganz viele Mützen jetzt hast du auch ganz viele Mützen ich hab die ersten fünf jetzt die hat ich eben auch schon echt? ja ich hab schon ich hab in der Runde jetzt die Runde naja hatte ich schon Dings drauf ausrüsten ausrüsten dann komm ich nimm wieder die ich stecke mit sich da steht doch pro Tag benötigt Tore 15 ne? da benötigt ich bei mir 14 ja bei mir 15 ich hab wie viel hast denn 12 Verlebende? ich hab 11 naja 12 deswegen vermute ich mal dass das heißt ähm wie soll man's erklären ähm wenn man in einer Runde weniger als 15 erreicht denn äh werden welche krank oder hungrig? ja ich versteh das noch nicht so richtig weil ein Match das ist nochmal ein Tag dann ist nochmal Tag 4 wäre nochmal ein Tag weiter ja ja und wenn man jetzt lass mal Universität nehmen ähm und wenn man jetzt äh aber in der Runde nicht 15 erreicht und ich hab eben glaub ich hab ich gekriegt 20 oder so weiß ich nicht ne? wenn du nicht die 15 erreicht werden welche hungrig weil du nicht genug zu essen mitbringst einmal ja das kann doch ja Universität oh ja stimmt das kann sein so gut ich nehm wieder Scharfschütze jetzt und oh toll mit einmalig Booster weg mein Booster ist natürlich weg das ist natürlich ärgerlich jetzt also würde ich nur einmalig müssen wir halt immer auch noch mal ne? so wir haben Universität ja auch noch nicht gehabt ne? auch völlig neu wieder jetzt hier aber ihr wisst ja wir alles aufgenauce gespielt haben deswegen wisst ja auch schon grad da drück am ad zimmern ziehen ad 2m die um die Schulter zu wechseln ach so geht das ok weil ich finde nur wenn man äh auf dem Boden ist finde ich nur so muss man sich selber noch bandagieren kann für mich das finde ich wär noch cool finde ich man ist ja dann so hilflos aber man könnte sich noch retten weil mit Krammeln stirbt man ja irgendwann ist es nicht hoch hast du recht man könnte sich ja irgendwie so viel bei Baysy halt auch bandagieren so es bedauert halt ein bisschen aber aber wenn man echt noch irgendwie wegkommt man sich nicht noch heilen kann weil so und wegkommt bringt ja es halt nichts du kannst nur zum freund rennen ne? ja zum freund musst du hängen aber dann lockst du auf die liga zu nehmen naja naja egal komm da gibt es ja einen Perk nachher was man irgendwie nicht selbst sein kann passt auf euch so geht los die Crew hat die Crew hat die Krammeln zu sneaker und hier lassen wir doch lassen wir die ganze Zeit zusammenbleiben ok ich höre ich gucke hier dann geht ne wer besser anrede ich hab die sniper ich geh auf das an ja ich gehe schon mal erst die Kiste luten ich brauche es mit dem rauf gehen am besten ich meine erste Kiste luten das brauchst du das mach ich auch auf jeden Fall da ohne ich glaube es sieht noch aus wenn ich schon Molotow kommt oder? ne noch nicht 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 aber es ist eine Dreischusspistole äh Maschinengewerne was ich das haben ich bin noch Sniperer ich habe ja ne ich meine aber es war ein Dreischuss weil ich hab da immer drauf gehauen ach so eben meinst du es war ein Dreischuss ja unten auf den gerand ich denk weg jetzt immer wieder Achtung wird schon geschossen in der Mitte kann sie wegsnipern mittels einer komplett rot die ganze Zeit zwei komplett rot wenn ihr uns wie sie kriegt bei mir ist einer hab ich ihn erwischt aber nicht genau Zack hast du? ja Headshot habe ich gesniped habe ich immer richtig weggesniped den ich wieder beleben schaue ich leider nicht bis dahin geschnappt nein wo waren zwei bei mir ich bin da wir waren zwei im rechten gebäude ja ich sehe die was die wandelt nicht ja wo ist ein Jagdgewehr ne vielleicht haben wir noch eine bessere Sniper war das war doof jetzt weil ich habe ihn angehittet aber da waren es war 3 0 nur noch 20 leben warum haben wir noch 20 leben ich kann mir hier schutz festgekommen glaube ich noch oder was die oder sie komplett tot sind alle da ich glaube den komplett tot oder ne doch nicht ne doch nicht ne lebt noch was 2 hast du 2 hast du gewungen gebracht aber 2 einer lebt noch von den fuck ist auch down ne wenn wir leben hier ist eine kiste ne deswegen bin ich blöd dass man sich selbstwürdige Medi-pack geben kann ne ja weil jetzt kommst du nur um jetzt habe ich auch wie ein Baseball ich glaube die ein bisschen weg vielleicht kann ich heute noch wieder beleben aber ich sehe hier leider keinen ne nur aber gute anfangen muss man sagen das war schon mal gut das war schon mal gut abmarsch gut alles los geht's da habe ich mir dann mit dem kaufen ein bisschen mehr durchsteigen aber sonst glaube ich noch mal gut finde ich 0 1 also ich finde es kein ich habe mich am rand der map oder auf der oberen ebenen versuche ich bin grad oben glaube ich da hauen schon ich habe Moldorf Cocktail sind ja nicht für alle teams die Kisten dieselben weißt du das bei mir ist einer ein nice down das muss ich bandagieren scheiße ich habe keine Bandage hast du eine Bandage? ah sie haben mich erwischt auch nur einen Schuss habe ich down ey ich wollte gerade jemanden bieten jetzt ne alter ich wurde von äh er bruch ein da ist ne Bandage drin lol lol ich wurde von der Konrad gesnackt man muss doch irgendwas machen können ich muss zum Kollegen schnell hin boah wie läuft der weg hilf mir doch doch er kommt zu mir ich brauche mal Medikett falls wir uns verbrauchen haben wir das nicht gesagt ja der heilt mich also Kollegen sind hier sozial nicht gut so also ich finde ich finde bei dem bei dem Spiel ist Teamplayer gesagt ja da ich ist Obst im Haus das ist voll auch ein bisschen muss man so rumkrabbeln ich musste grad zum Kollegen hin mit mittlerweile bin ich auch auf die Idee kann man ein bisschen mit er zwei mal diesen äh lauschmodus benutzen trinkt viel doch bisschen wenn die ne sind deckung auf die warte dann kann ich mal sehen aber ich hatte nur noch ein paar Sekunden einsetzen ne doch kurz die nächsten kiste und das ist siehst du diesen äußeren balken der grünen sein leben freigende balken das ist der laut oder jemand oder ganz hinten sind die ich bin wir bei unserem sporn mit einer richtigen heißen waffe kann ich mir wieder überleben bitte machen wir gerade besser als alte weit weg ey das ist auch worden von hinten ne oh man alles weit weg ja also richtig weil der genau aus darin einer mitte ich war auf dem militär präger ja weiter wie leidt wir 33 nur 1 1 ich hab 6 von 14 also ich brauch' mal ein paar vorräte da laufen welche vor mir 2 sind vor mir auch sch*** 3 sind vor mir ich brauch' Hilfe ich brauch' der kopf ich brauch' mal was ich brauch' mal ein Messer bauen das ist sehr gut ich brauch' sie ein ich brauch' die Kett ich brauch' die Kett ich brauch' die Kett ich hab' nur einmal geschlagen 1 kill lo, was hat der für ne Waffe 1 und 2 ich hab' mich noch eine richtig fette Waffe fuck wir haben von hinten wir sind richtig viele gegner gewesen also alle sind von mir das ist nice ich hab' erst einen kill alter wir sind ja richtig die gar nicht verkacken die Runde ist eigentlich nicht so geil mega nice alles klar nee kann man fast die dicke die dicke Wumme holen ich hab' immer Molotov-Cocktail alter ich hab' vergessen Molotov-Cocktail ich hatte so viel weggesnackt stimmt wieso selbst die Molotov-Cocktail ich finde ja auch einen Nahrbaum und den Kram vergesse ich immer ja Molotov-Cocktail ich hatte grad so viel Leute weggesnackt bei Molotov-Cocktail die standen alle vor mir also kann man wieder einer falls ihr weiß in die Kommentare schreiben der das Spiel auch spielt kann man also sehen die Gegner die selben Kisten weil dann könnte man eine Runde Nahrbaum nebenlegen ja stimmt uah direkt vor mir ist einer der ist da hab einen da war einer nein der hat einen Flammenwerfer wie war Paul ist der denn dieser Beerton hat einen Flammenwerfer der mich war instant tot Team Fort sagst du ja wie Team Fort so ich hab mir jetzt das Militär gewehr gekauft warte wie viel Team Fort das ist hier warte von Flammenwerfer weggesnackt so Loll du hast deine schnitz gekauft ne 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 ich guck mal nach 2 ne ich bin einfach gekillt ne ich bin einfach gekillt ne ich bin einfach gekillt da vorne ist einer ja der ist tot hab ich auch gesehen wenn mein Molotov guckt so ich werde auch geschossen scheiße Kevin hilf mir bitte ja Sekunde ich muss erstmal killen dann snackt er mich komm nein dann snackt er mich auch dann snackt er mich auch außer daran sind ich hab was hab ich 2-4 ey 2-4 ey ja gar nicht klar sind wir auch dahinten oh Vorsicht Loll was ist denn da ist noch einer zu dir der ist bei dir der ist bei dir der ist bei dir kriegs daneben da der ist noch einer noch der kann ich sehen habt ihr den ja ja da krabbeln noch ne ne leute hinten ist auch mal an ja ich wollte dich her ich rette dich ihn ich helfe dir du dich hoch mit dir eine Sekunde hört über den geschnitzelt ich glaube ich kann mir ja ich kann mir das ich habe mir das mit militär präsentiert gut da haben wir nicht mehr so viel und 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 weißt du auch das bei der mission mit dem festen präzisionsgewehr draußen ist einer weißt du bei der kampagne die mission mit dem festen präzis ja hast du feststand ja das ist das nice ich habe einen gesehen mit dem mich helfe bitte ich habe mich gezogen der er wohnt von dem anderen vom hat noch keinen den ist so haben wir beide hier der typ macht nix das ist der vom arschkeks die sind direkt neben uns ich kann nichts machen weil ich ja das ist doch gegner stehen neben uns wir können nichts machen ja aber ich konnte nichts machen ich stand neben mir ich hätte noch ein Messer können Leute was hast du denn abgekriegt ich finde ich wollte in den Nahrerbomb reingerannt oder so ja komm hier runter also ich kann da nicht hochkommen ist er hoch? doch warte ich komm ich kriege ich hole dich oh ein anderer Typ hat blockiert mich ja der vielleicht hilft mir schon glaube ich ja gut ja mach weiter ja ich hätte hier oh war das knapp oh war das knapp danke du wirst es mal nie hören aber danke ich hätte es auch gemacht ja auch danke ich brauche Kisten auch danke Tore für die Idee rechts von uns sind welche hier draußen ich muss mal einmal die Kisten looten kein Baseballschläger fertig ich auch ein Uniformierter weg da draußen ist auch einer da hinten ist er ich habe noch schnell Moldoff gebaut ich bin fertig komm schon komm ich schau den siehst du den nach hinten du kannst wegsniper komm mal zum Fenster komm moment er hat da Ich zieh den Headshot Ich hab ihn vorher nicht die Harte abgesperrt Du bist ja kein Assist? Nahe wollen wir Boah Na dann haben wir gleich verloren Zwei Dinger Zwei Hier gehts noch, sag immer Nochmal war ich Die Runde war richtig schlecht Die war diesmal richtig schlecht für mich Ich kann nicht mehr respawnen oder was? Doch einfach Ich hab zwei Sechs diesmal Diesmal will ich den schlechten Score Exekution Denk dran, du darfst nicht mehr sterben Denk dran, du darfst nicht mehr sterben Ich bin fertig Boah, war das knapp Sie haben mich erwischt Sonderes, kann ich da hoch? Scheiße, kann man nicht hoch Oh fuck, ist hier in der Wand noch nicht drauf geachtet Oh, ich bin gleich nur von eigener Das Ich bin nicht in der Tore heimisch Ich bin nicht in der Tore heimisch Aber du, ich bin Werd nix, komm nicht her, komm nicht her Komm nicht her, komm nicht her Die zum présentation Oh, mein Helfer kann schon was außen ne? Muss ich mal sagen Also ich kann schon mal sagen, ich kann mal kurz zeigen was hab ich denn hier Die 7-6, erster Fru, die Runde verlaust auf der Ecke nein schnitte der forum muss dran denken er hat kauft ja aus dem deck immer du kannst in der schutzwäste kaufen dann da den vertreten nicht haben wir selbst na gut unser letztes dauern kostet haben wir mal erst immer der co2 27 super hat gewinnt ja ich glaube ja gut das geht nach chaos weil wenn ein kills nur wenn auf dem boden rum kriechen er wiederbelebt wird kommen ich habe 16 40 hier überlebende 16 eine geht noch eine runde er kommt pistolen zum noch und el diablo willige rüstungen für einmalig die folge ist an die ende gekommen wie es in diesem folge weitergeht erfahrt ihr in der nächsten folge von let's play the last bis dahin leute tschüss